äh, ich hab nen schwarzen das fahrst du den schwarzen zuhause vielen Dank ich will heute auch die Schlüssel mal ganz kurz so jetzt einmal wieder aussteigen lassen da hinten sitzen, deswegen soll ich da beim Beifahrer sitzen wo fahren wir denn als Schmachhaus sind boah, dann werde ich schon wieder drauf hier rumfliegt ja, wenn nicht, jetzt raus der ist eh eh, direkt schreibt hier jemand an wenn ich in den weg bin es geht nach Kavala sagen wir mal ja, also in der Nähe vom Strand er hält jetzt seine Rede ja, da ist schon der erste Rechtschreibfehler egal Wartlimousine 1, die ganzen Insassen haben keinen Schlüssel, ich wollte es nur mal sagen hör mal ganz kurz, äh Prezi, wo ist dein Haus genau in Kavala so immer markiert ihm gehört ganz Kavala ja, ist das Haus nicht immer beim Drogenhändler da ja das ist das wäre nämlich gut, wenn du das sagen könntest ganz kurz, wo soll die zweite Limo dahinter, dahinter also die zwei SUVs fahren in der Mitte, ihr fahrt vor SEK fährt abseits, parallel aufgrund nebenher, greift ein wenn es sein muss boah, wenn einer D sinkt es kommt nur ein Hand, ey der Handtapfer hat vorne vor vielleicht schnutz hat alles weg das Landtapfer bitte mit blaulicht und da nicht so und senkt dran wir halten keinmal an, wenn was im Weg ist fahren wir außenrum um keinmal anhalten boah, das ist fast so ein fast ein Furious 5 Junge mit einem Militärkonvoi erstmal ganz gut genau wir halten hier ungefähr so die Reihenfolge ein, wie ihr fahrt und abfahrt und abfahrt ey, es sind mehr als 5 Leute in einem Channel fährt alle ab oder und langsam ab jetzt nur noch das Wichtigste fast gar nix jetzt haben Charminol treffen uns noch mehr Limo 2 tankt vorher noch ganz viel dann wieder dazu wir werden die besser als die Limo 1 und sicher als die die Limo 1 starten von mir und der zu der ist gut da haben wir gesagt ja, danke schön das war auch ein anstrengender Tag heute danke wo hat er gewandt oh, Speigless hat ihm das gescheitert gekriegt ja, dass wir wieder schießen auf den Limo 2, das ist auch gescheitert wo haben sie alle so Mundtücher rum das ist ja wo haben sie alle so Mundtücher rum haben sie irgendwelche anstrengenden Krankheiten oder das ist ja nichts zu sein was ist das das ist ja auch gepostet das ist ja auch gepostet der ist ja wie fahrt mit dem so am besten mit dem Sport wir können nicht so schnell darüber fahren Die Reifen mal drüber. Am Terminal, oder? Achso, am Terminal. Ja, Terminal. Warte mal jetzt. Terminal, Terminal. Was mit der Sportnemo? Machen wir eine jetzt wieder. Was macht man? Dann parkt am besten so in der Reihe. Jetzt probier, steht vor dem Terminal. Packt in der Reihe, wie ihr losfahrt. Ja. Boah. Man darf das Fahrzeug wechseln. Da hatten die Sportlimo die Vorderstrichkammer. Das war bei, weil wir jetzt ja mit dem Hand haben. War mit dem Handhaber, weil wir jetzt ja vor, dass sie um eine Weichenströmung ist. Der Präsident ist in welcher? Es ist wie eins. Darf ich das Fahrzeug wechseln? Ja, ganz schwer zu sehen. Das Event geht noch nicht mal los, die können noch nicht anfangen. Ja, wir warten jetzt noch bis 5.30 Uhr. Bis 5.30 Uhr, das bringe ich nochmal aufs Klo. Ähm, darf ich das Fahrzeug wechseln? Weil Schrader leckt das hart. Ja, dann musst du einfach kurz mal fahren. Aussteigen. Und ob sich das jetzt erledigt hat. Hat sich erledigt, frage ich jetzt eigentlich. 3 bis 3 Punk lang, der Erlaubnis erteilt. Wir fahren mal oben aufs Feld, ob der Zugrad, weiß ich schon mal. Ja. Guck mal, wir haben auf einmal alles connected hier. Das Wiesel... Oh Gott, nein! Kann die Dax. Ja, geht's los oder warst du klar? Nein, nein. Wir warten bis 35 Uhr, ich bin schon mal auf einer Schraderweite. Ja. Schrader kannst du kurz noch ein bisschen vorfahren. Wir haben noch eine Minute. Und die Frage ist 120, kann schon wieder zu schnell sein. Fahren noch 100 maximal. Ja. Dann kommen wir auch vorhin nicht mehr her. 100 um den Dreh sagst du? Ja. So, ihr steht schon bereit? Ja. So, jo. Ich kann die Sekunden zählen. Noch 30 Sekunden. Und wo sollen wir uns denn positionieren? Was? Puuuuh! Ich glaube, das ist dran erledigt mit dem Wadiat 10, glaube ich. Ja, der zählt das doch. Ja, das ist ja Blubelot. Also der hätte es sogar so Regelschicht gemacht, aber die fällt gerade auch hin. 15 Sekunden noch. Hinti, wir haben ja keine Eis gefroren. Wir haben ja jetzt von dem Wadiat 10 abhauen. Wir haben jetzt von dem Wadiat 10 abhauen. Schützern Tank jetzt einmal. Neun. Und? Sechs. Genau. Denkt dann gleich in Ruhe und wo noch nötigste Rede. 3. Roman, kannst du los, wann drückt die Ansage Roman. Ja, wir fahren dann, Mann. Ignoriert den Quasten. Und guckt der Präsident der sich glücklich auf den Boden. Alter, geht's. Maudo. Ignoriert den abgeschützten ADAC, der hinten. Wir sind auf der Straße. Einfach auf uns. Wir haben den Tempo. Das war ein ADAC. Sollen wir vorfahren oder hinter euch her? Hinter uns. Alter, das ist Lesing, aber gleich beim. Soll ja. Hinter uns. Längst sehen sie einen abgeschützten ADAC. Der kommt. Schwimmen wir euch auch gerade jetzt? Jo, kein Problem. Dann hätte ich mir schon gedacht. What the fuck. In der Luft. Das ist gefährlich für andere. Oh, mein Gott. No, 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 no. Wir sind nicht schon komplett. Alles. Und die Hände haben das auch gerade gesehen. Und das, was auch dazu kommt hier. War das alles D-Secting, ey? Alles, ey. Mir fährt dann auch so ein ADAC traurig Mann vorbei. Dorotts wurde geblütet. Achtung Jungs! Kolonne steht noch da. Ähm... Die Straßen sind sehr weit vor Jungs. Warten laufen auch die anderen ein bisschen. Wär ein bisschen langsamer. Ich habe ein Unfallbericht vor dem Checkpoint-Count, das ist wahrscheinlich zu einem Unfall. Könnte die Straße markiert sein. Aha, ja. Boah, da ist alles vor mir am Fliegen. Wie das alles desingeziert. Ja, aber der Handteil ist vorne, der hält schon aus. Ja, da ist was Größeres. Ja, schaut doch mal alle das Blaulicht aus. Das ist ja aber gar nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, nein! Präsidentenautos haben wir am Blaulichtliegen. Nein! Und, Präsidenten, welcome back. So, ja, komm, sag. Ja, ich hab schon oft hier drauf. Ja, ein ins Auto mit dem Hopp. Herr Presi... Danke. Danke, danke. Herr Presi, da schneidet gerade fliegen. Dann komm mal an den SUV und da Leute rein. Boah. Sela, ich rette den noch. Der Rest schaffst du. Menor Davis liegt noch da. Wo hab ich den Sekundenkleber? Wo hab ich den Sekundenkleber? Ja. Austauschbar. Er ist einfach komplett zerrissen. Aber dieses kannst du auch noch schaffen. Wo liegt der? Ja, ich hab noch 44 Sekunden. Wo war ich mit dir, Nobody? Ja... Steh da. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, du gehst einmal in den Auto ein, dann stehst du wieder. Ja, weiß ich. 1, 2, 3... Sela. Was ist hier los? Da. Präsidentenkoller, ne? Die nicht so gut läuft bisher. Ja. Das war echt... Als bin ich selber, dass ich wollte. Sobald wir losfahren, fängt es an zu desinken. Also, mach mal ganz kurz sein. Jetzt also vorne Hunter. Dann Sportlimo 1. Dann schwarzer SUV mit Präsidenten und mehr Polizisten als gerade jetzt. Macht jetzt nicht. Dann Sportlimo 2 hinten. Dann Sanitäter und dann ADAC. ADAC soll sich erst um den Unfall bei... Ja, wir werden beschossen. Ja, nein. Das war ein Schuss. Ich bin gerade eben zurück ins Ingame gekommen. Ja, boah, Leute. Ganz kurz. Bitte jetzt vielleicht ruhiger sein, sonst wird es echt schwer. Eins noch. Dann fahren Wettzimmer mit mehr Amtstand. Im Falle des Falles kann man immer noch raufschießen. Ja. Ich bin im Respawn-Fanz, da? Ja. Ignorieren. Ich lasse es von uns. Klick. Klick einfach respawn. Willö. 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 You left your channel. Was ist denn jetzt passiert? Tja. Weitere Zauber. Wir haben die Spawn-Kamera ist gerade ausgerastet und rumgebacken. Wir haben ein Magazin geklaut. Wir haben ein Spawn-Krinken aufgehoben. Was kommt da? Wir haben ein Spawn-Krinken aufgehoben. Wir haben ein Spawn-Krinken aufgehoben. Und mit 52 Bananen-Shakes mit. Das klingt nach MEDIC! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh, dieser. Oh, hier ist eine Bahn brand. Wo fahre ich jetzt mit? Wir fahren eine Bombe. Boah, der D dingt. Okay, das soll jetzt der Gäste. Schaut mal, wenn dir alles wieder bereit ist. Stellt euch auf. Boah, bitte für Corona. Herzlich willkommen. Brüder, danke. Ja, du kannst den Kamal ausbauen. Machst den normalen DM-C-Soxy-Bett. Bitte ruhig sein. Weil sie jetzt auf der falschen Seite. Dann soll ich auf der letzten Seite sitzen. Roman, du gibst Schwam, an die Lusfang. Naja, wir reihen uns am besten erstmal wieder ein. Erst Seele einsteigen, wenn der Bette ist. Jetzt muss ich mir von Reaper einen anhören, dass ich mich nicht angemeldet hätte. Ich weiß gar nicht, Tom hat gerade rumgemeckert bei denen. Ja, sehen wir, sehen wir, kehren wir nachher. Okay, jetzt der SUV und dann die Sport-Hedge weg und dann fahren wir weiter. So, wenn Reaper rummeckert, sagt mir Bescheid. Gott ehrlich, ich kann da nichts. Nein, dann kriegt er von mir jetzt einfach mal ein Lauf. Wenn er nicht im Channel ist, ist das nicht mein Problem. So, und dann? So, jetzt in Ruhe geht es jetzt wieder weiter. Das ist denn hier los. Das ist erst die Medical. Das ist ja nicht. Der Exklimit wahrscheinlich gleich eben ist. Ja, deswegen. Kommt Leute, mehr abstand. Das ist ja in der Regel, weiß richtig. Wow, ey, vor mir fällt der mir gut geschleicht. Und sonst schauen wir auch lang über, Mann. Komm, mach auf jeden Fall mal die Blaulink da aus, weil da von Gönnis auch kommt. Ja, wahrscheinlich sowieso. Roman, das schadet gleich hier vor dir rein. Warte langsam, Mann. Habt du da vorne befindet sich im Unfall auch noch verstrafen? Bist du der Hubschrauber stehen? Lilla? Vielleicht noch ein Bananen-Shake oder so? Hm, hm. Ich hab's vielleicht, äh, ich hab noch. Aber ich bin gerade gefragt. Ja, wer gerade gefragt hat, wer hat meine Sachen gemacht? Na, also, ich will gerne auch mit. Ich hab Bananen-Shakes. Ich hab drei Bananen-Shakes. Boah. Ich hab 20 Bananen-Shakes. Ja, die hab ich vorher noch alle vom, vom, äh, kein Satz gehabt, da, wo Rudi ausgelastet wird. Ich hab mich schon da sauber. Es geht noch ein langer Weg nach Kavala. Ja. Wo lange sind wir auf Nessal? Das macht der eigentlich überhaupt. Event, wenn wir jetzt senden zu gehen nach Kavala, ist kurz hier. Vor dem Kavala und macht da... Ja, genau. Ein bisschen Patrouille. Ich hab einen Kavala, jetzt. Sicher schon mal Kavala ab. Was, ich glaube nicht, das ist der Fall ein. Attentäter. Vielleicht nur Kavala, aber jetzt kannst du dich auf den Rogen oder aufs Dach legen. So, wie ich jetzt nach dem Sekt? Ja. Wenn du willst, da laufen Locken mit Brachten, wo man das in keine Brachten ist, äh, ja. Ja, was ist mit der HS? Dann weißt du was. Nee, die gibt's, die ist nicht on. Wow! Warten gerade alle an Ebola-Kavala. Präsident, Transport ohne EVO-Brain-Secured. Ach, die sind unnötig. Ja, Ratti, wir fahren nicht gleich um. Ja, 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 ja. Das ist echt krass. Der macht raus, Ratti, auf die Straße. Nee. Handt an die. Der Ratti, ernsthaft. Ratti, sagst du doch die Seite. Warte mal, rüber. Ach, sagst du. Jetzt schnauzt die EVO-Bahn nicht an. Ich hab gesagt, dass er so die Straße frei macht. Schreien, hier ist Einsatz. Warte mal, ihr wisst, dass ich da kein Problem mit habe. Nein, das war ein Wacken. Ganz gut. Ach, der Wiskas kann auch nicht, dass es da dann ein Problem gibt. Kaskask? Die Kasker macht keine Probleme, sonst sorge ich dafür, dass ich keine Probleme mit mache. Nee, 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 nein. Ich muss ja auch dafür abgeben, dass er sich gegen den ganz kurz wieder in den Channel rein. Und, oder kommt noch Hans auf und passt auf. Achtung. 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 Fahrt ihr weiter, fahrt ihr weiter. Ich steh im Leib und will gucken, ob der Hunter dreht. Was ist das für ein Ding? Nee. Das ist ein Weisgehen. Total hässlich. Hunter fährt weiter, ne? Das war der Sugarfady Hunter. Ich muss mir mal nen Hunter kaufen. Holbein, Zaros am Geldauto nahe. Oha. Das ist natürlich was ganz... Am Geldauto nahe. Am Geldauto nahe. Offenbar 50 Meter entfernt. Daraus hat er nichts zu suchen, hm? Was soll der Z gewesen sein? Wer kommt bei dir? Quarantäne. Oho. Gleich kommt der Checkton. Boah, der flucht vor Quarantäne, Alter. Quarantäne auch verächtig geschrieben. Ja. Echt? Echt? Okay, Todesgurt. Abgremsen. Ticken Samack in der Kurve. Quarantäne. Ist der wohl? Naja. Nee, der Samack ist hier. Das ist der Unfall von vorhin, den mein Kollege eigentlich schon abarbeiten sollte. Und als stattdunfter Blitz bei der Arbeit zu tun. Wir haben auf der Straße einen Einlauf gefahren. Achtung, Bau. Stopp. Eine Sportlimo hat nen Unfall gebaut. Wir fahren weiter, ohne die. Der ADAC kann sich auch um euch kümmern. Pass auf, ne Straithank ist irgendwie weg. Nee. Lass uns mal ganz kurz fahren, ist irgendwie. Ja. Fahr weiter. Puh, das reaktet immer gut. Ja, ich. Pass auf, da kommt der Checkpoint. Wollen wir mal mal abgehen? Nee, nee. Dann seid ihr nämlich alle taub und der Verkehr 1,2 Kilometer von uns auch. Ja. Wo fahren sie denn in Kavala hin? Ja, das ist die nächste Frage. Wo ist denn dein Haus? Ja. Bist du fährt, Tats? Ich wüs ja nicht, welches Haus der Hauptstelle ist. Deswegen reichen. Ja, Roman, weißt du uns der erste Wagen? Ja, ja. Soll ich die Sportlimo überfahren, würde? Wer fährt in der Pursine vor? Nee, geht schon. Ich bin ausgewischt von der Pursine. Ja, das ist alles. Und ein Fahrrad. Gary Pedro. Wo? Wo? Guck mal, wo der Gary Pedro Krab getötet wurde. Ja. Ja. Gary Pedro wurde... Keine Ahnung, wird nicht angezeigt. Guck mal, in Zavos. Ja, hast recht. Ja, wo? Ja, da in Zavos. Ich kann jetzt grad nicht genau gucken. Ja, wenn er im Gälder schon wartet, war es ein Regelfort. Ja, deswegen. Wir haben grad Notenpap gesetzt, das sind ja Riffenmarten und alle, ne? Warte mal, KSK-Markt? Haben Waffe draußen? Ja, KSK-Markt, KSK. Egal, die Robbierung und so. Da haben nur die Geistung der Waffe da oben. Ja, ich hab gar keine Ahnung auf dem Bett, oder? Aber hier ist nirgends wo einer. Ja, ne große Kumpel oben, da die da mitmachen. Ganz ehrlich, ein Kavala am Markt? Die warten wahrscheinlich ein Kavala, ja. Ich auch. Ja, oder die nutzen die Zeit zum fahren. Wollte überfallen. 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 Ach, die haben da noch einen Fannschluss kaputt. Die hatte keinen Unfall gehabt. Also wir fahren, wir holen schon wieder etwas auf. Ja, sword byte. Aber es wird. Doch wieder! Ja! Der hat wahrscheinlich wieder ein Fressatz. Wow, die ist einfach nicht gefallen. Dies sind generelle Wagen! Oh Yeah! Der ist auf, der an der Polizei vor mir ein paar Kräftehren gibt es vorrein, ist rausgekommen. Der Strider fährt auf die Idee. Ich glaube, jetzt gibt es gleich eine Schießerei hier. Was für eine? Ich habe einen Lackfest. Was für eine? Was für ein Hummingbird? Ja, die Schießerei eben. Hummingbird? 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 Er ist ein Mauerwagen, Dieter. Kolonne steht aber noch nicht. Der ist der Hummingbird? Mhm. Kolonne fährt. Ich glaube, wenn du so den Windschall nicht angelegt hast, ich weiß nicht, warum. Ein Forum schreiben. Oder wirklich eine Stunde früher angekündigt, damit die ihre Fahrt noch zuerst immer bekommen haben. Ja. Aber gut, dann wird ein bisschen ein leichtes Training. Ja, Konki will so ein bisschen machen mit ganz, ganz viel Geld. Von daher. Hey Fabi. Na, demnächst kommt hier auch ein Hilfsküter. Schade ist ein Blaulicht hier durch. So viele wahrscheinlich entgegenkommen. Ich bin da aber so fair. Ich bin schon wieder. Leider fliegt bei mir. Leider fliegt bei mir. Hier ist alles gut. Der Stadt hat uns an die 50. Dann fahren wir jetzt zum Strand, oder? Ja. Jetzt versucht der. Hier steht ein Auto. Dann fahren wir vorbei seitlich. Dann fahren alle seitlich vorbei. Achtung. Oh je, ich halte meinen Übersichtsabstand des Desig zu schnallen. Ja, können wir das durch. War komisch, dass er da so steht. Mhm. Okay. Leider hab ich ja nicht mehr. Achtung. Dann mag das nicht mehr. Wolle, wir fahren. Einfach fahren. Das ist überrollen. Hey. Der Freibus ist angepölt. Was? Ich hab nichts gemacht. Ich hab den Ziviler fangen. Ja, das ist ja ruhig. Ja, das war's. Ja, das war's. Dann kann der etwas am Erststück vergessen. Ich hab ihn dann wieder an. Doch, das Jungs, alle noch mal zu Glück. Der Präsident kann ja noch in den Aufmachlicht machen. Kann der andere den Baum nicht machen. Der Baum geht nicht kaputt. Jetzt geht's. Boah. Da kommt ein zweiter Zivil hinterher. Schau mal die Zeine hier. Ich hab einen Warnschuss aufgegeben. Ich hab einen Warnschuss aufgegeben. Oh, Alter. Danke. Er muss die Nachrichten gelesen haben. Ja, aber ich danke für die Warnung. Jetzt fährt er weg. Jetzt fährt er rüber. Fährt er rückwärts. Wenn der Präsident jetzt ins Haus geht, dann haben wir glaube ich unsere Mission erfüllt. Ja. Ja. Noch ein Abschlussfoto? Ja, komm mal. Ja! Mit dem Präsent auf der offenen Straße. Dann hat jemand Warn hier. Nee, in seinem Garten. In seinem Garten. In seinem Garten. Jemand war ein Warn mit? Ich möchte aber noch eine Runde Warn gehen. Bleibt ihr noch eine Weine hier? Ja. Der User entdeckte deinen Kanal. Wie viele Leute hier herumrennen. Der Präsent will nicht bauen. Bestimme das Kavala-Markt ab. Warte, jetzt könnte man bitte eher kurz hier auf meine Sachen aufpassen. Ich will ja nicht mit den Sachen reingehen. Habt ihr vielleicht mal eine Einheit, die man mal in einem Auto beschlagen haben könnte? Ich mein Arm an Recht stürzt. Aber wir sind kein Wasser. Ich bin ein Foto-Macher. So, guck mal hier. Schön auf den Fels liegen. So wie ich bin Ariel, die Meerjungfrau. Ich bin so fünf Meter vorm Wasser. Bitte einmal ganz gut ruhig. Der Anzeige treiben. Der Fehler ist abgestürzt. Helikopter. Fahrzeug. Jungs, sieht sowieso vielleicht mit dem Ebola-Quatsch aus. Ja, der ist aktiv, ne? Weil die Sanitäter mal nicht, ne? Äh, der fährt hier jetzt durch. Der Anzeiger fragt mich gerade, ob ich dem Ebola helfen muss. Er soll wissen, ob er es machen soll oder nicht. Das war glaube ich kein Anzeiger. Nee, das war kein Anzeiger. Der Anzeiger fragt auch, ob er dem Typen helfen darf. Hier liegt ne Waffe rum. Der Held. Der Held. Und ein Tod, ne? Einmal von der PA einen aufnehmen und den wieder wegschmeißen und beschlagnahmen. Ja, wir sind überhaupt hier ein Tod dran. Weil die Backkroben. Sonst. Wir müssen jetzt auch durch. Ja, wir müssen nochmal weitermachen, ne? Ja, wir müssen jetzt durch, ne? Ja, wir müssen jetzt durch, ne? Ja, das ist ein Großranzchen einer wie wir, oder? Oh, da gehen wir mit der Klamotten nicht raus, ne? Ja, würde ich zu Fuß hier bremden. Hey! Der Präsident geht jetzt auch bitte in sein Haus, damit es nicht scheiß, dass wir wieder schuld sind, dass der Präsident tot ist. Jupp. Der Sekar steht da noch oben. Der Sturm, der Sturm. Der Sturm. Ich bin tot. Der Rett ist tot. Ich bin tot. Das war so krass. Was? Was? Das Eventwander ist vorbei. Oh Mann. Deckung, Deckung, Deckung. Bin ich schlecht. Aber raus. Call the Medic, I'm on the way. Wo ist denn der? Wo? Ich glaube auf der Burg. Ich glaube auf der Burg. Ach so, Peter, schon wieder Burg. Oh ne. Wir fahren das Eventwander ist gerade vorbei für uns. Ja. Achtung, Schüsse. Schüsse. Lass mal die Burgstürmung gehen mit die Mami. Jungs, wo ist was? Auf der Burg. Auf der Burg. Auf der Burg. Bewegung, mindestens eine Person. Jo, von da kam, von da, er kam von dort die Schüsse. Lass mal da hinfahren. Ja. Von hinten vom ADHC, H2 kommt wieder hoch, oder? Ich fahre zur Burg. Jungs, kommt wieder hoch, oder? Jo. Tschüsse. Nimm uns zwei, ebenfalls. Der Peter war nicht kurz, ne? Wir fahren den... Rider hierher. Wunden mal schnell hinten, panzert das Fahrzeug hierher. Aber wir fahren das Fahrzeug mit. Äh, Strider und den, äh... Ja, ich komm. Strider und den, äh... Ich bin auch mit LKW gekommen. Wo soll's denn gehen jetzt? Ja, die Stürmer. Wer, 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 wer vom Wilbur da erschauten? Ja, die Stürmer. Ja, die Stürmer. Ja, die Stürmer. Die Stürmer, die Stürmer. Also, Peter... Jo, alle Bote geschossen. Leila, Achtung! Wer, wer fährt denn zu der Burg? Ich bin schon bei der Burg. Ich bin schon bei der Burg. Ich bin schon bei der Burg. Ja, wir fahren da nicht zu der Burg. Wenn du das gemacht bist, dann wieder auf die Burg. Dann haben wir den Dritter mit. Hunter und Strider fahren jetzt mit dem Gerät zum Feuerlohn. Ey, ich schieße sogar total. Jo. Los. Wir sind der Zombie ab. Ja, ich... Die Strider sind drinnen, ne? Die Stürmer sind drinnen, ne? Die Stürmer sind drinnen, ne? Der muss irgendwie der, 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 der Hunter den, den, den... ... Fred Sand mitnehmen. Die Stürmer sind drinnen. Das Strider, nein! Fahren die sechs Strider! Ja, der nimmt mich gleich hier in den Präsidenten. Komm mal auf! Präsident steht wieder! Warte mal! Einen Platz bitte freilassen im Handhaften, den Präsidenten wird. Ich hab den Präsidenten jetzt mal eben. Ich weiß nicht, wer da ist. Ich hab den Präsidenten jetzt mal eben. Präsident, komm mal schnell hinter mein Auto! Oh, Franz, nehm ich fest und es passiert hier hin. Der soll in mein Auto steigen? Rein in den gepanzerten! Ab mir den Hund, ja. Hast du abgeschlossen? Der Typ ist eh nicht mehr da. Gut, Gogo. Komm mal! Ich hab den Präsidenten jetzt noch ins HQ und dann... Weil da unten war ne Tür offen. Dann kommen wir in mein Haus. Ist da weg? Warum er da hockt? Ne! Ich glaub nicht, dass er auf dem Boot ist. Ne, negativ. Ich bin auf dem Boot. Keine Aktivitäten. Was ist das für ein Auto bei uns? Oh, das Netz! Der erste Star, wo ich grad eben gesehen hab. Guck mal, das ist ein HQ. Es stand auch ein Auto. Okay, dann kommen wir da mal hin. Das ist ein HQ. Das ist ein HQ. Das ist ein HQ. Peter, du gehst voraus. Das ist sicher dein Rücken. Ja. Ich geh voraus. Das ist mit dem schwarzen SUV. Das ist mit dem schwarzen SUV. Was ist? Was ist mit dem schwarzen SUV? Was ist mit dem schwarzen SUV? Dann merken wir den Respekt. Jungs, ich bin oben auf der Burg. Fahr zurück. Der Dach von der Polizeistation ist sauber. Ich fahr zurück. Okay. Okay. Fahr mal bitte weiter geradeaus. Hier ist Strider. Burg scheint auch sauber zu sein. Fahr mal weiter, fahr mal weiter Strider. Ja. Fahr weiter. Hier in der Ecke, da ist ein Haus, was offen ist mit der Tür vorne drinnen. Hier in dieser komischen, genau in dem Haus. In dem Haus hier. Das Fahrzeug hier gehört der GSG hier, was hier steht. Da ist ein schwarzer SUV. Wie hieß der Typ? Der hinab so schnell weg. BW? Keine Ahnung. BW Hengst. BW Hengst. BW Hengst, ja. Serious, kann es immer sein, dass immer deine eigenen Kollegen dich erschießen mit anderem NAB. Das ist LZ Nobody, kannst du es auch nennen. Boah, er hat mich so weggefetzt, Alter. Wo war der? Markieren. Da oben im Haus, im Fenster, Peter. Hengst, Foto von Raiber. Wollt ihr ihn nehmen? Hey, roll mal. Ich werde ja auch noch beschossen, schießt ihr auf mich? Naja, nicht mehr aufgaben. Naja, ich hab auf ne Typen auch geschossen. Satellit. Ja, Moment, Sanit!